Ein herzliches Willkommen zu einem neuen Let's Play Part Und zwar eigentlich zu The Walking Dead Aber es hat es irgendwie gerade nicht übernommen Jetzta, perfekt Leute Gut, wir starten wieder in das Spiel rein Jetzt wollen wir nochmal gucken, was da passiert ist, dass wir so angehalten haben So krass, dass wir so krass stoppen mussten Beziehungsweise der liebe Kenny Und ich würde sagen, wir sehen mal nach Warum? Der Sound müsste jetzt auch ein bisschen lauter sein als im letzten Part Was hat er denn jetzt? Oh shit Oh shit, das kommt schwer werden Fuck, fuck, fuck Maybe we could walk That's fucking stupid Ben I'm just saying Hmm, I don't know I ain't got much experience with y'all's fortitude But we could probably deal with that We got a goddamn train That thing is not full of milk, Charles That's gas, diesel Something that's gonna explode You gotta get a hold of yourself You gotta get a hold of yourself This is a crew here This ain't shit This Yo, you keep screaming like that You're gonna get your face chewed off Are you guys gonna be trouble? Oh shit If we could've just kept walking No, we're friendly Put your hair down, kid That's what everybody says We know Let's give these guys a break We'll see You guys got a problem with your train? Yeah Yeah, you're standing right in front of us Dude, it's a wreck It's not so bad from up here Send your buddy up to have a look Anything goes sideways up there We won't let them escape Ja, schon klar, Kenny Ist klar, dass der jetzt ein bisschen Schuss vor allem hat Hätte ich auch In so einer Zombie-Apokalypse Kann man nämlich niemanden Ich glaube, du musst es finden Ich glaube, du musst es finden Ein Grupp von Leute ist das, was wir brauchen Sie sind das, was wir brauchen Sie sind das, was wir brauchen Sie sind gut Für jetzt? Was ist das, wenn... Stop? Hey, Mann, ich bin Omid Lee Krista Was ist das, was wir mit dem train? Wir fahren Oh, Mann Oh, Mann Schau, du willst uns helfen? Wir können uns nutzen Wir können uns helfen Wir brauchen ein bisschen Hilfe Was ist das? Oh, Mann Oh, Mann Verdammt, ihr habt ein Kind Was machst du hier? Was machst du hier? Du kennst, wie lange es ist seitdem ich einen Kind gesehen habe? Oh, Mann Was ist dein Name? Klein und Klein Oh, also er wird zu schweigen Oh, das ist großartig Das ist großartig Siehst du? Die Dinge schauen sich Du bist nicht ihre Vater Ist er da? Es ist so klar Für mich? Nein Nein, er ist nicht da Da Huh Was ist deine Geschichte? Uh Ich bin alleine auf Clementine Die erste Tag, das alles passiert Ich war tatsächlich Incarceriert Was? Du mir eine Pris-Tats? Nein, nein Ich habe es nicht so weit Und alle da 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 sind sie cool? Hm Wie lange ist es? Wie lange ist es? Wie lange ist es? Ich weiß nicht, eine vierte? Vielleicht zwei Stunden Oh Gott Ja Wir sind entschuldig für die was passiert Sie die Die Treine ist großartig Das tank ist ein reales Problem Wir helfen uns mit der Aber wenn wir etwas nicht sagen können, wir gehen über die Straße allein Wir begrüßen die Hilfe Wir können nicht nur über die Straße Ich glaube Wenn du es nachvollziehen dann wäre es ziemlich einfach Wir sind da Da Wir sind da Und wir kommen nach dem Und schauen wir Gut, gucken wir das so. Na gut, dann brauchen wir es auch gar nicht zu probieren. Gut, damit hat sich es erledigt, ne? Wohl sollen wir da jetzt das machen, oder was? Ja, da würde ich sagen, gehen wir mal runter. Oh, ja. Mal gucken, ob der überlebt, der Junge. Ich habe so ein Gefühl, nämlich alleine dahin, die andere redet, das... Achso, da ist er ja. Ah, lol. Stimmt, der... Ah, okay. Hab's verstanden, wir müssen nämlich da hinten hin. Eigentlich haben wir die Arschkarte gezogen. Das habe ich mir schon gedacht. Oh, ist das Spiel geil. Wie Banscher zurechtkommen, so ist es nicht. Ich bin ja mal gespannt. Kann ich dich da oben da? Du möchtest nicht die neue Frau? Ich bin ja, aber es ist wie wir ein Team, wie du gesagt hast. Ja, okay, komm mal. Clementine und ich sind diese Station, okay? Hustle über, wenn du nichts hörst. Tja, bin ja mal gespannt. Oh, Clementine, lauf nicht so weit vor, ey. Ist ganz schlecht. Gut, das ist mir eigentlich alles scheißegal, was da drauf steht. Denn wir müssen was finden für unsere Leute, ja. Vielleicht mal ein bisschen Essen. Was ist das? Bisschen jemand... Oh. Survivors Inside, oder? Ach, warte. Warte, du nicht sagst. Oh, ne. Die Treppe da hinten runter. Ich hoffe, wir kommen jetzt nicht an noch mehr Leute. Das wäre nicht so mein... mein Favorite, sag ich mal. Du sollst mich warten, bevor ich die Tür öffnen. Sorry. Glücklich ist es geschlossen. Wir werden besser zusammen arbeiten. Okay, das wird nicht gehen. Gut, dann ran wir nach vorne. Hm, super. Hm, super. Vielleicht müssen wir irgendwas... Kabelstapel. Hm. Oh. Das ist mir gar nicht aufgefallen. Vielleicht kann ich da drauf schauen. Ja. 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 Das ist dein Ernst, Alter? Genieskind, ey. Ja, ich werde da sein. Ja, erstmal wieder zurückgehen. Find ich gut. Ja. Ja... Ja, so verändert sich die Rolle, ne... Ja... Also verändert sich die Rolle, ne... Es ist zu schmerz in da. Ja, du solltest die Tür öffnen. Hä? Was ist denn ernst? What the hell? Ich hab doch... Es ist viel zu schmerz. Ja, du bist richtig. Stütze. Das Ding war in meinen Händen, statt von da. Es ist zu schmerz. Es ist zu schmerz. Wieso hab ich mir das gedacht? Äh... Oh. Es ist ein bisschen Platz da. Nicht viel. Oh, du bist glücklich. Du bist so klein. Ja, wir sind. Bleibt wohl nichts anderes übrig, oder? Du bist okay, zu über den Topf dieses Fenzes? Ja, definitiv. Oh nein. Ich hab keine Ahnung, ich kriege die Schläge, Glenn. Oh nein, Alter. Scheiße, 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 scheiße. Nimm die Waffe. Oh, oh. Alter. Was? What the fuck? Was hab ich falsch gemacht, Alter? Ich hätte wahrscheinlich irgendwie... Oh, fuck, Alter. Fuck, 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 fuck. Fuck, 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 bin ich behindert. Geh und grab die Schläge, Glenn. Komm schon, skrumpi. Behind dir! Wir müssen hier irgendwie rauskommen. Das kann doch nicht sein. Ja, aber... Schlapp dir die Waffe doch. Schnapp dir einfach die Waffe. Schnapp dir einfach die Waffe. Schnapp dir einfach die Waffe. Hallo? Hä? Alter, werden die Ladezeiten nicht so ewig lang, ne? Komm. Ich versteh nicht, was ich machen muss. War ich da jetzt festgeklemmt irgendwie, oder? Ich versteh's nicht. Was muss ich denn machen? Muss ich den einfach rein auf die Mütze geben, oder was ist da los? Hä? Ist bestimmt mega easy, die Lösung, aber ich bin grad zu blöd dafür. Ja, behind. Dass man sich nicht überspringen kann, ne? Leicht nervig. Ich bin auch einfach zu behindert, grad mir fällt kein richtiger Lösungsweg ein, muss ich sagen. So. Ey, Alter, ne? Anstatt mit S zurückzugehen, muss ich natürlich mit W zurückgehen. Weil W ja auch nicht nach vorne ist, sondern nach hinten. Ach Gott, ich Gott, ich Gott. Scoop. Come on, Scoop. Das ist in dem Moment, wo man sterben kann, oder? Da mach ich's natürlich die ganze Zeit, ne? Ich hab's mir geahnt, Junge. Ich hab's mir geahnt. Ich hab's mir geahnt, Junge. Ich hab's geahnt. Dass ich Q drücken muss. Alter. Es ist okay, es ist okay, alles ist okay. Alles easy. Ja, wow. Ja, komm. Das ist ein schlechter Scherz. Das ist ein schlechter Scherz. Ich hab auf die fucking Taste gehämmert, Alter. Boah, ist das ein... Alter, jetzt darf man sich das wieder angucken, ey. Alter. Es ist okay, es ist okay. Alles ist okay. Boah. Boah. Ich hab mir einfach die fucking Schlüssel, dann mach ich die Tür auf. Wow, jetzt klappt's oder was? Nice, nice. Also am Anfang war ich nicht drauf, aber dann später schon. Nein, es ging nicht so gut. Aber wir sind okay. Alles ist okay. Was ist passiert? Ich dachte, ich hörte einen Scherz. Wir sind gut. Nein, es ging. Nein, es geht also. Wir sind gut. Wir sind gut. Wir sind gut. Geht ihr mir jetzt schon auf den Sack, die kann sich gleich verpissen wieder, Alter. Ich hoffe, du wirst wissen, was du mit ihr machst. Wir sind noch immer noch live, nicht wahr? Ja, du bist. Lötlampe. Nein, Clem, wir lernen, dass alles, was wir nie tun werden, ist gefährlich. Wir werden besser, smarter und schneller, okay? Okay. LKW, sodass wir da eiskalt wieder durchfahren können. Oder von diesem Waggon, sag ich mal so. So. Das süße ist die Blumen. Das ist die Blumen. Die Blumen-Axion, walkie-talkie. Oh, was ist das? Ein Notwagen? Oh, da ist so ein Klebeband, ne? Oh, wie klar ist das jetzt nicht? Ja, dann ist es ja gut. Dann gehen wir mal hier hin und machen das ab, ne? Was ist das? Oh, das ist ein Leak, hier. Schau es ab, Mann. Ich will nicht, dass meine Augen aufgeräten verbraten. Wollt ihr das Leak mit etwas verbraten? Ja, das machen wir mit dem Klebeband, das wir gefunden haben. Yay. Geil. Gut. Jetzt so. Willst du mich verarschen, Alter? Ich kann es jetzt nicht erreichen. Oh, mein Gott. Ja, was müssen wir jetzt machen? Müssen wir da jetzt einsteigen, ne? Müssen wir jetzt wieder runter, ne? Ne. General. Ja, wer hätte es gedacht, ne? Was ist da schon voll? Oh, Mann. Müssen wir vielleicht wieder runter, ne? Das würde ein helles Feuerballer kreieren, wenn wir es versucht haben, zu fliegen. Hm, super. Hä? Was? Ja, und was? Na, jetzt macht er wieder etwas Neues. Super, ich bin auch mega schlau. Ich weiß nicht, was ich da jetzt machen soll. Brauchen wir vielleicht einen Bolzenschneider? Da kommen wir nicht hoch, ne? Super. Ja, wir sind gut für eine Waste. Danke, Gott. Wir brauchen jemanden, jemanden, zu kommen und zu sterben. Oder zu sterben. Oder zu etwas. Tja. Geh used zu dem. Ich glaube, dass sie nicht mehr gehen, irgendwann bald. Aber ihre Zahlen immer weitergehen. Und unsere... Ja, immer weniger. Tja, Tja. Vielleicht, ah, ich muss vielleicht einfach mal mit ihm reden. Könnte ich mir jetzt vorstellen. Oder? Gut, komm, gehen wir nochmal hoch. Oder fragen wir den Typen mal. Ach ja. Hier, die weite Kupplinge ist aus meiner Richtung. Ich glaube, es wird in meiner Sicht sein? Huh, no. Aber ich werde dich über die Läge knacken. Der Herr, du bist. Gott, du bist ein realer Sonn of a Bitch, nicht wahr? Schau auf und starte zu kümmern. Oh, fuck. Alter. Leute, da ist etwas gekommen. Was, was, was? Da muss man sein, die Tausende. Wir müssen gehen. Fuck. Omi, cut, cut. Ich bin. Es geht. Pull mich auf. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Was machen wir jetzt? Oh, geil. Oh, shit, Alter. Na los, spring, Junge. Ist er behindert. Fuck, 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 fuck. Nein, sie, nicht ich. Rista, nein! Fuck! Du Scheiße, sie ist eine Frau, nicht du? Es ist okay, Junge. Ich bin okay. Alter, ich habe tatsächlich gedacht, dass ich wieder so eine scheiß Entscheidung treffen muss. Das war ein viel von ihnen. Waren Sie hurt? Nein. Wir sind okay. Sprich für dich selbst. Mein Lied ist krass. Wir sind krass, Clementine. Wir sind krass. Meine Fresse, jetzt chill doch mal dein Leben. Der zu blöd zum Springen ist, dann tut es mir ja leid, ey. sie schläft. Sie schläbt. Sie schläft. Die Amen. Die Amen. Was ist das? Wer war das, Alter? Was geht denn da jetzt ab, Alter? Gut 30 Minuten, nächstes Mal bei The Walking Dead. Was ist das? Wer ist das? Wer ist das? Antworten Sie mich, verdammt! Wann werden Sie uns über die Radio erzählen? Wer war das? Wer war das? Wer war das? Ich werde dich töten. 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 Was? Hast du Lilly zurückelassen? Ja, klar. Hast du mit Kenny gekämpft? hast du dac erschossen du und 79 prozent des spieler haben ihn erschossen okay eine helfende hand hast du mit geholfen okay ja wir sind ja eigentlich ganz gut dabei gewesen außer mit lily zurückgelassen was für mich eigentlich das mit war was am klarsten war weil ich meine die hat uns ja quasi nur reingebracht quasi und gut aber es war eine geile eine geile season 3 episode 3 sorry eine geile episode war es muss man sagen also ich freue mich auf die nächste und ja ich hoffe ihr auch und wir sehen uns dann auch in der morgen und ja bis dahin Leute einen schönen Tag Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 Feinfu-